Ja, wie man hier sieht, ich spiele seit letzter Saison und jetzt auch in der neuen Saison den Dagas Schuh und ich habe mich für den Schuh entschieden, weil der meiner Meinung nach sehr, sehr gut geschnitten ist. Ich bin eher ein Fan davon, wenn der Schuh relativ flach oben ist und ja meiner Meinung nach auch optimale Dämpfung hat und für mich als Linksaußen ist es sehr gut, da eine gute Stabilität und eine gute Dämpfung zu haben. Also ich freue mich darüber, dass der Schuh jetzt noch weißer geworden ist, weil ich wirklich sehr, sehr großer Fan von weißen Schuhen bin, auch wenn die relativ schnell dreckig werden. Aber weiß ist auf jeden Fall mein absoluter Favorit und ich bin froh, dass wir auch ein bisschen Grün mit dabei haben für die Magdeburg Farben. Ich freue mich darauf, in der neuen Saison den Schuh tragen zu dürfen.